hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute ist ein etwas besonderes ereignis ich war nämlich zusammen mit drei anderen leuten aus den cloudriders eine tierabteilung aus dem baumarkt ein ich habe es nicht ganz verstanden aber auf jeden fall werden wir vor dem baumarkt oder in den baumarkt oder beides werde ich dann auch noch sehen werden wir rum reiten und wenn leute fragen was hobbyhousing ist oder wenn sie auch mal mitmachen wollen oder halt die kinder von denen logischerweise dann werden wir denen das erklären wir werden auch springe mitnehmen und da dann halt ein bisschen springen und ich nehme euch da natürlich wie immer mit und wünsche ich jetzt ganz viel spaß bei dem video ich werde mayflower und winnie mitnehmen weil wir überwiegend glaube ich springen werden und winnie dann auch für die kleineren ganz gut ist wenn ich jetzt gian mitnehmen können die kleineren kinder die ja gar nicht so gut halten und ich werde erst mit dem auto hinfahren und dann fahre ich später mit dem zug wieder zurück nach hause ich bin jetzt da hier ist unsere unsere plattform wo wir trainiert dahinten sind schon paar leute und wir reiten jetzt einfach so herum haben die pferde hier so eine palette einfach gestellt wenn ich auch noch dabei und ja wir reiten jetzt einfach hier rum da ist auch schon ein kleines mädchen mit ihrem steckenpferd joh Da wird weiter erklärt, was so abgeht und Mayflower und Winnie sind hier gerade die Kinderponys. Es ist immer wichtig, dass ihr mit der Zehenspitze zuerst lauftet, weil dann sieht es schöner aus. Und dann müsst ihr einfach wie ihr normal laufen würdet, nur mit der Zehenspitze zuerst lauft. Hier wird jetzt gerade Piaffe geleert. Wow, hier Mayflower und Winnie sind ganz beliebt. Musik 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 Wir haben jetzt gerade Eis bekommen, mega süß, und es wird irgendwie immer mehr. Wir haben hier ziemlich wenig Platz. So, ich habe mein Pferd zurückgegattert. Hier werden jetzt Bilder gemacht. Lena macht gerade dahinten Bilder. Oh, Vorführeffekt. Vinny und ich versuchen es jetzt gleich auch mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt kann ich jetzt gerade noch eine Art Mächtigkeitsspringen. Na ja, fast. Hier sind jetzt alle weg. Hier wird jetzt abgebaut. Vinny liegt auf dem Boden. Das ist nicht so gut, sehe ich gerade. Hier stehen noch ein paar andere. Ich bin jetzt gegangen und muss jetzt zu meinem Zug laufen, weil ich jetzt mit dem Zug, wie gesagt, zurückfahre. Aber es war auf jeden Fall sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Es kamen auch ein paar Leute, die uns schon kannten. Also es hat echt Spaß gemacht. Ich bin sicher zu Hause angekommen. Mäflau und Vinny stehen auch wieder im Stall. Ich bin unbeschadet zurückgekehrt, obwohl sie heute von so vielen Kindern mal geritten wurden. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und war auch mal was anderes. Sowas habe ich jetzt sonst noch nie gemacht. Aber es war auf jeden Fall cool. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.